Alter, wenn du mich jetzt mit dem... Jetzt reicht's mir aber langsam! Das kann doch nicht sein, dass jeder Pro-Nur-Kart 8 Let's Play! Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 8 Online mit mir, den Thomas von Playgeddon Und der Hübi ist ja auch wieder dabei! Hallo! Und sogar mit einem prominenten Gast dabei Let's Play Marcus ist bei uns in der Lobby Ja, echt, dass wir... Vor allem, der nimmt er nicht mehr auf Wir zog einfach mal mit Let's Play Marcus zusammen Das ist schon übel Ja, deswegen, wir müssen hier richtig hart rasieren in der Folge Falls ihr ihn nicht kennt, gibt einfach mal auf die Let's Play Marcus Und dann findet ihr was Um die 160k Abus, oder? Ich glaub schon, ja Das läuft Einer der wenigen großen Nintendo Let's Play Ja, da gibt's... Ja, da gibt's nicht halt so viele Das erste Rennen hat sie mich so angekotzt, diese Kanadierin, Alter Die ganze Zeit mit den roten Panzern und mit diesem Boomerang immer Boah Gleich drast ich aus, ey Oh, Mama, ja! Der Hübi hat mich getroffen Frist das, Motherfucker Nein! Ach, du hattest so viel Glück Der rote Panzer ist gegen das Zahnrad gefahren Der deswegen bin ich extra nah an die Wand gefahren Was ist das denn für eine Scheiß-Kai-Kai-Kai-Kai? Ich hab Let's Play Marcus vor mir So, jetzt wirst du rasiert, mein Freund Ja, ich bin siebter wegen den... Oh, er ist runtergefallen Gohlen hier Witzig Boah, vierter Alter, wenn du mich jetzt mit dem... Jetzt reicht's mir aber langsam Es kann doch nicht sein, dass jeder Boomerang kann achten Let's Play Am Arsch Ja, jetzt komm ich hier Mit einem Kugel-Willi Ich überhole Let's Play Marcus noch Haar überholt, überholt Ne Let's Play Marcus überholt mich Mit normalem Tempo, während ich in einem Kugel-Willi drin bin Am Arsch, was ist das für eine Logic Oh Schön, schön, David Das ist ein tolles erstes Rennen Da sind wir wieder Halla Und wir fahren auf Yoshis Piste Ja Also ich hab schon gesagt Ich hab die Mikrofon-Lautstärke runtergedreht Weil das Mikrofon so am über... Ja, jetzt krieg ich noch so einen Mongo-Start Ja, aber das hat ja nix Das hat ja nix mit Malik hat 8 zu tun Das ist dein eigenes Versagen Ja Das erste Mal heute Der Rest war Glückssache Und ich hab kein Glück heute So, bam, johne Hätte ich mich jetzt selber mit einem grünen Panzer getroffen Da wär das Gamepad an die Wand gelandet Und die Aufnahme wär beendet An die Wand gelandet Da wär das Gamepad an die Wand gelandet Entschuldigung, ich hör momentan so viel Rap Ich pass mich an die Niveau an Echt, tust du? Fuck you Hast du jetzt echt Rap? Was? Ob du grad wirklich Rap hörst Ja, ne Also nicht momentan, ne Aber Ja In der Freizeit jetzt so Tja, da wurde ich wohl von einem roten Panzer gebucht Waren, Junge? Das ist das Da hab ich den Niveau überholt So Jetzt sind wir fünfter und versuchen Nutzte die Abkürzung Ja Verriss das! Ja! Als wenn ich jetzt über die Banane gefahren bin Nein Das läuft nicht Ja, jetzt noch ein Witz Dankeschön Oh, noch ein Looper Yeah Wooo! Zack, frisst das! Als wenn du mich überfahren hast Hab ich Das ist so eine Ironie, wenn man hier überfahren wird Ohne Ironie ist es Das ist so eine Ironie, hab ich gesagt Ach so eine Ironie, ich hab das ohne Ironie verstanden So, ja So Zack, mit dem Goldpilz ab nach vorne Yeay Geht das? Boah, jetzt hab ich einen Stern Jetzt komm ich von hinten Oh Oh, es geht grad voll ab Das ist so eine unglaublich skillige Runde grad Oh Gott, der Blooper Oh, mit dem Blooper lässt sich das einfach so schlecht driften Das ist krass Oh Ich will einen guten Platz Ah Oder da werde ich überholt Nein, das David Ah Kein Thomas Ich mein Claire Geddon Ich mein Äh Nein Oh, Tee Ja, ist wohl jemand runter Wehe, du schriss mich Halt doch ab Da Oh Bitte, bitte Wenn die Bombe mich jetzt trifft Ja, gut so LP Markus Komm, 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 komm Nein, ich krieg dich nicht mehr Aber du hast mir noch einen Platz geschenkt Sechster Ah, das war Ui, ich hab voll rumgebrüllt in dem Rennen Ui, ups Upsi Upsi Ich geh mir das zu trinken holen Nein Let's play Markus ist raus Ja, das find ich voll schade Lass ihn mal nachjoinen Ja Stimmt, ihr solltet ihr eigentlich jetzt in unserer Liste sein, gell? Ja, lass ihn mal gleich nachjoinen Ich will mit ihm fahren Nein, nicht nachjoinen Ich hab keine Lust zu haben Der hat bestimmt eh komplett aufgehört Ja Jetzt haben wir so eine schöne Lobby Nein Komm Tut mir leid, aber Thomas, der Fanboy muss jetzt leider seine eigenen Bedürfnisse zurückstecken Und fährt jetzt mit mir in dieser Lobby Ja Ja, ja Ich bin zweit, das läuft gut Du kannst den Spielsound hören, ich nicht Geil Jetzt hab ich Oh, nee Oh, Mann Das ist doch kacke Wirklich Ja, komm, hör jetzt mal bitte ein bisschen aufzuweilen, ja? Nee Ich kann Bock Das ganze Spiel verarscht Wir können mal über sinnvolle Themen reden Haben wir bis jetzt noch nie getan Ja, stimmt eigentlich, gell? Und trotzdem kriegst du immer nice-to-Click-Zahlen An wem liegt das bloß? Ja, ich glaub Und deiner Inkompetenz Ja, das kann sein Ja, ich fall grad wirklich den letzten Dreck zusammen Ja, ich bin zweiter, momentan läuft so gut Ja, ich nicht so gern Wir können ja mal über Dein Kanal Über dein Kanal Über dein Kanal Über dein Kanal Über dein Kanal, genau Über mein Kanal Über dein Kanal, genau Dein Kanal Nein, mein Kanal Nee, dein Kanal Dein Kanal Dein... nein, mein Kanal Dein Kanal Dein Kanal Dein Kanal Dein Kanal Dein Kanal Dein Kanal, genau, dein Kanal Ach so, mein Kanal Genau Okay, mehr als Da gibt's nicht so viel zu reden Jo, wahrscheinlich Wir haben jetzt um die 20 Sekunden Scheiße gelabert, ey Echt? Ist doch erotisch Ja, ist voll erotisch Was, jetzt für die Szene, die du vorstenschen schneiden kannst Ja, danke schön Nein, doch War das aber voll lieb von dir Weißt du, wie ich dir helfe, deine Videos zu produzieren Das Geld überweist mir nachher, gell? Ja klar, YouTube-Mann Ich hab dir meine IBAN-Nummer schon gegeben Ach, danke schön Bist du bei der Sparkasse? Nein, ich bin bei einer anderen Bank Ich will keine Werbung machen Warte, du bist nicht bei der Sparkasse Bitte? Du bist nicht bei der Sparkasse Nein Bei welcher Bank bist du denn? Das will ich nicht sagen Ich möchte keine Werbung machen Solange du nicht bei der Volksbank bist, ist alles gut Was ist die Volksbank? Die, wie heißt die Reifeisenbank, hm? Ja, okay, das geht Die Volksbank ist die ekelhafteste Bank auf Erden Ich kenn die Volksbank nicht Hallo, herzlich willkommen zum Banken-Talk Mit Hübi und mit Thomas Und mit dem Hübi Heute im Thema Was? Warum ist die Parkbank dreckig? Die Parkbank? Ja, es kommt immer drauf an, in welcher Stadt In meiner nicht, meine Stadt ist sauber Habt man in meinem geilen Video gesehen Ähm, Eigenwerbung Hashtag, äh, Product Placement Ich werd den Hübi natürlich verlinken Er wird mir das Geld dann nachher überweisen Also IBAN steht in den Kommentaren drin Ihr könnt mir gerne was schicken Ihr könnt auch spenden, ne? Ja, also So wär's nicht Also für 10 Euro würde ich euch schon mal die Tüte umgeblichen schicken Ja, oder vielleicht so ein Autogramm Ja, genau, weil wir schon so Fame sind, dass die Autogramme verteilt Ja, klar, Mann Ich warte nur noch auf den Tag, wenn ich irgendwann mal in der Stadt erkannt werde Ja, wär mir eigentlich relativ gleich Ich weiß aber nicht, ob ich mich da freuen soll Oder ob es gruselig sein soll Beides Ja, ich glaub auch Ja, jetzt rissst du mich mit dem Boomerang Haha, ich hab dich getroffen Ja, ist voll gemeint von dir Ist voll gemeint von dir Ich heul jetzt Ich heul jetzt Komm, 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 komm Das war knapp Ich fahr grad ein nicees Rennen Bisher Bisher Ja, wenn der Erste dich eigentlich irgendwie anspricht oder so Das ist ja irgendwie cool Nicht gruselig Ja, der Erste auch Es wär nur gruselig, wenn er an deiner Haustür klingelt Ja, da machen er halt voll viele große YouTuber-Videos hier Dass sie alle in ihrer Haustür immer belagert werden Das ist echt gruselig Du musst dir mal vorstellen Morgens schläfst du mal so bis eins weg Ich so, jemand kann nicht ein Autogramm haben Ja Das ist gruselig Würde ich so mit dem Legafon Abonniert Play again on Rennen um mein Leben Wenn der Schulleiter dann kommt Und dann so schreien Abonniert Play again on Und das paar Mal Das zieh ich durch Das musst du als Video machen Das mache ich als Vlog auf jeden Fall Dann hast du so viele Klicks So viele Das Beste ist, ne Also das Gymnasium hat bei uns eine andere Brausenzeit, ne Ja Und da im Winter machen wir dann immer so Klopfstreicher Und das Beste, wir wurden mal von Schulleiter erwischt, ne Und dann Was hat natürlich der schlaue Thomas gemacht Ich bin nicht mit ins Büro gegangen Sondern bin weggelaufen Ich weiß, was der Schulleiter mir hinterher geschrien hat Feigling, Feigling Als wenn ich dann zurückkomme Ja, vielleicht Ich hab auch mal Stress mit dem Schulleiter von der Realschule gehabt An Fasching An Fasching haben die immer so eine fette Polonaise durch Haltiges Schulhaus Und Ja, die geht immer so Von der In der vierten und fünften Stunde ist die immer Und Direkt Also direkt im Haus nebenan Da ist auch eine Verbindung mit so einem Gang Ist die Realschule Und an der Realschule war die Polonaise verboten Und irgendwann Sind ein Kumpel und ich rüber in die Realschule Haben da mit allen die Freistunde hat Ne Polonaise angefangen Dann sind alle aus den ganzen anderen Klassenzimmern mitgekommen Dann haben wir uns auf so einen Tisch gestellt Und haben halt dann Humba angestimmt Dann kommt auf einmal der Direktor von der Realschule Im Star Trek Outfit Sagt so Alle gehen in ihre Klassenzimmern Und ihr zwei kommt's her Dann mussten wir da hin Und er so Ja Ähm Ihr beide kommt jetzt mit Jetzt gibt's dann Stress Dann haben wir gefragt Wir waren halt Wir hatten halt ein Kostüm an Dann haben wir ihn gefragt Ja kennen sie uns überhaupt Er so ne Und dann sind wir einfach weggerannt Und haben uns dann unser Kostüm ausgezogen Und seitdem hat er uns nicht mehr gefunden Das hätte so richtig Stress gegeben So richtig Kann ich mir vorstellen Selbst wenn Ich würde dann mir irgendeinen anderen Namen ausdenken Und dann bin ich irgendwie Ja Klasse Wir hatten Kostüm an Namen Wie verkennen sie uns überhaupt Ja ne Und einfach wegrennen Kostüm ausziehen Passt Ja aber Was für eine Intelligenz muss er denn haben Wenn er sagt Oh ja ich kenn euch nicht Dann muss er doch mit den Konsequenzen rechnen Ja Er hat halt nicht gewusst Dass wir so geile Typen sind Ja klar So diese geile Typs So das war das vierte Rennen Das Abschlussrennen Ja Was ist ab Nur vier Rennen Ist auch ein bisschen traurig Komm wir machen fünf Ja komm wir machen fünf Ja wir haben Zeit Ja wir haben Zeit Ja wir haben Zeit Wir haben Zeit Na Loidee Ist das gar kein Problem Wie wisst ihr Oh Hübi sorgt für lange Videos Auf der Ergeltungskanal Ja du machst ganz ganz lange KXL Videos Ich will noch mal so einen Flughafen Die hatten wir jetzt doch schon Aber ich liebe sie Ach ladekabel muss ich holen Da guck mal Die sagen mir sogar beide hallo Das fünfte Rennen Ja ist das fünfte Rennen Gegen den Schnauze halten Gegen Hübi Warum gegen Hübi Wir fahren doch zusammen Wir kooperieren doch Am Ende zählen die Punkte Ja ich hab mir ja Egal Irgendwann Ja Ich hab ne grün hinten dran gehabt Die rote hab ich trotzdem getroffen Weil ich draus gesprungen bin Die rote hat sozusagen Unter mir gewartet Den Sturm So wie die Frauen Wir werden dann einfach mal Ausnahmsweise kooperieren Ah nicht überschlampt Bist du da irgendwo? Ne sieht nicht so aus Boah auf dieser Strecke Da bist du einfach nur so Durchgefistet Wenn du kein Item bekommst Ja Da hast du verkackt Ist ja einfach nur geradeaus fahren Und dann Zwei Kurven in einer Runde Ja Deswegen mag ich die Schrecke auch nicht Weil es einfach nur Pures Glück ist Diese Schrecke Oh ja Aber wirklich Pures Glück Du musst eigentlich nichts können Ja Wenn ich erster werde Das wäre dann so ne Ironie Ist irgendwer hinter mir? Ne Ich hab Porsche Geil Ja Ja pass auf Ich krieg gleich Ne blauen Panzer Dann passt das Ganze Wenn du das wirklich Bekommen solltest Dann fresse ich aber Ein Wesen Mit Videobeweis Bitte gib mir ne blaue Bitte Bitte Gib mir ne blaue Ich hätte nicht sagen sollen Sei so gut Und gib mir ne Mein Ich bin ne blaue Das hätte ich echt Nicht sagen sollen Lieber Malkat Ach Gott Sei gütig zu mir Und gib mir Eine blaue Wette Aber wie Wahrscheinlich War das Dass er die Wette gewinnt Ist jetzt schwer Zu erklären Auf jeden Fall Hab ich so gesagt Wenn du es schaffst Gebe ich dir 500 Euro Was ist er schafft Jetzt schulde ich ihm Noch 449 Euro Und das hast du ernst gemeint Also die Wette hat gegolten Ja Komm Ziel 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 Ach geil Aber Ich bin zweiter Bin ich auch zufrieden Ich werde ihm die Schulden Ich würde sagen Das ist doch ein perfekter Abschluss Fürs Video oder Erster und Zweiter Wir beide Das passt doch perfekt Für die Abschluss Die Mario kann 8 Community kann nix Die kann nix Willst du da noch Irgendwas freshes Zum Abschluss sagen Abonniert alle Fresh Dumbledore Okay Das werden wir alle tun Und wir sehen uns In der nächsten Folge Bye Tschüss